hier sagt mir steine zusammen krieg um den hebel zu bauen wenn das dann mit dem ludbeck tatsächlich funktioniert dann haben wir es ja schon erreicht hallo hier da verdammt komm ich nicht so geht es so als würde wieder kein herkommen aber wir haben ein paar pfeile in petto irgendein kriegen wir ihn einer kommt her gelatscht so siehst du da kommt von alleine her gelatscht wenn man einmal gehittet haben kommt er sowieso her ist klappt auch die range ist zu klein verdammt und gar nicht herlatschen na komm mit loot einsammeln vorher alles diesbehand und das zeug verschwindet nach circa fünf minuten ja kann man so geht den endermann müssen wahrscheinlich wieder so auspullen und der für einen schrägen hut auf hier komm runter wie der lässt sich triggern hallo ernsthaft komm runter ja so turtle hideout so bin die damm nach super dies ist es sind schon erst sachen die sport jetzt was zu lange dauert geht einfach mal kurz nach rieber kam nur das problem mit dem kriper die ecke super hier die sport schon langsam nach und nach alles na komm wo ist er denn dreikarsch war doch hier in der ecke wo ist er denn da haupt da ja genau geht doch so haben wir die helfe vom blut verloren verdammt das hat zu lange gedauert mist naja gut ein teil konnte man zumindest noch retten so wir brauchen ein bisschen material zum durch sieben damit wir den recycler fertig bauen können da fehlt nämlich nur noch ein häbelchen so ne spinnen augen kommen wir direkt hier knochen nehmen wir auf fäden können wir auch direkt rein pressen so holz geht glaube ich nicht würde mich wundern weil da haben wir ziemlich viel von oder wenn es geht dann hat es eine sehr sehr niedrige wertigkeit also dass du da richtig massen von bräuchte ist so könnte ich mir das noch vorstellen das ganze so ok ein block erde kriegen wir noch mal zusammen vielleicht auch ein bisschen mehr ich lasse die baumstämme jetzt mal stehen ich habe irgendwie das gefühl dass dadurch dann die anderen bäume schneller wachsen und vor allem halt auch größer weil er dann grundlage für kritbäume da ist kommt mir zumindest so vor kann mich auch täuschen ab aber das hat so erweckt in mir so den eindruck so da 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 noticed hier ist ja dann wieder eine gewachsen wie gesagt kann mich auch irren kommt mir aber so vor so hier packen wir jetzt 4 in der kiste Kiste, das weil wir dann ein bisschen was auf Rückhand haben, na wobei, zwei reichen, da können wir nämlich noch ein Blockerter zusammen, dass wir noch ein bisschen durchsieben können. So, perfekt, vier Stück, die waren ganz genau, ich brauche nur einen Stein für den Hebel. Wie das eigentlich mit Kruchsteinen auch, weiß ich gar nicht. Hebel, Tatsache, wunderbar, so, holzblock, so, Hebel, tipp, angeschnissen, so, funktioniert nicht, ok, warum nicht, wegen dem Zeug, ne, macht er gar nichts, wenn ich jetzt den Hebel anmache, dann holt er das Zeug raus, aber schiebt es nicht weiter. Muss das per, ja, ah, die Äpfel hat er so gefressen, ach, das heißt einfach, das Zeug geht gar nicht, dann können wir da das Zeug reinballern, ja, dann können wir aber gar nichts mit anfangen mit dem Zeug. Kannst ja auch nicht hier reinballern, geht alles nicht. Nö, geht alles nicht, ok. Das erklärt natürlich, warum es nicht geht. Also, dann funktioniert das ganze Ding ja doch, wir müssen nur... Schock hat er reingeballern, ah, siehste, er hat einfach nichts gemacht, weil er kein Ziel in den Tag gefunden hat, wo er es reinballern konnte. Holz geht nicht, ok, er hätte mich gewundert, er hätte es ja so ein riesen Ding hochzüchten können da. Ah ne, das packen wir mal in die Rammelkiste, da, so. Apfel geht also. Wenn ich den jetzt da rein schmeiße, was haben wir jetzt mal 16? Wupp, wird. Ne, Apfel geht nicht. Doch, Apfel geht, warum schmeißt er denn nicht da rüber? Apfel, jetzt hängt das Ding fest. Muss mal gucken, wegen der Einstellung wir das Ding einstellen müssen, dass er einfach durchläuft. Ah ja, 24, ah siehste, dann haben wir die richtige Einstellung gefunden. Sehr gut. Ok, funktioniert. Deswegen ging das nicht, das Zeug lässt sich einfach nicht umdrücken. Wenn ich die ganzen Sachen hier nehme, die können wir alle nicht umpressen. So, schmeißen wir einfach mal hier rein. Passiert nichts, weil das er nicht umhämmern kann. Ja, er sucht immer nach einem Zeh im Inventar, aber es funktioniert nicht. Ok, gut. Alles klar. Also das Zeug geht einfach nicht. Ok, aber es funktioniert. Da recyceln wir jetzt nach und nach die Sachen, die wir von der Monster so kriegen. Und wenn wir da mal genügend Zeug haben. Jetzt habe ich schon die ganzen Pfeile verballert. Wenn wir da mal genügend Zeug haben, dann kriegen wir da Loot Bags raus. Also so kleine Überraschungsbeutel oder wie man es auch immer nennen will. Und da können dann natürlich die unterschiedlichsten Sachen drin sein. Da kann das unterschiedlichste Zeug drin sein. So. Aber alle Äpfel wird das natürlich nicht verballern. So. Da haben wir noch zwei Bleckschen Erde. Sehr gut. So, können wir da gleich mal durchknettern. So. Dann sammeln wir jetzt mal ein paar Steinchen etc. Und gehen mal weiter fleißig auf Monster Yard. In der Hoffnung, dass wir jetzt mal ein bisschen Material zusammen kriegen. Aber viel ist ja aber nicht los. Oh ja doch. Den Mini will ich erst los werden. Ah, wir haben eine Haltbarkeit drauf bekommen. Sehr gut. Die drängeln sich ja gerade alle voll an Eingang da. Ich will eigentlich nur eine Fackel setzen, dass ich was sehe. So. Schon besser. Ja, die scheiß Creeper natürlich wieder. Machen wir wieder extra Würst. Ich muss aufpassen, dass ich den Block über uns nicht abbaue. Sonst können sich Creeper in die Luft sprengen. Oh, ein Herzkanister. Sehr schön. Können wir unser Leben hier permanent hochdrücken. Und dann auch schneller regenerieren etc. B.B. Hast du nicht gesehen. Ja, kommt dran. Ich fahre jetzt nicht wieder fünf Minuten hier. Ärsche. Ah, so kommen sie auch nicht rein. Aber ich komme nicht an den Loot ran. Müsste ich hier also irgendwie so eine halbe Stufe noch runter bauen. Dass wir an das Zeug rankommen. Ich habe keinen Pfeil. Verdammt. Nein, nicht weg. Das ist doch eine Katastrophe hier. So, erstmal weit zurück laufen. Oh, eine, eine. Oh. Oh, da ist noch einer drin. Weg, 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 weg. Da. Du verkackter Penner, ey. Scheiße. Das wollte ich verhindern. Verdammt. Scheiße. Ja, leck mich. Ich komme zu dir schon noch. Keine Sorge. Dich verarzt dich noch. Verdammt. Achse sind über. Scheiße, 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 scheiße. Sterb Penner. Nein, nein, nein. Hallo, hallo. Ernsthaft. Verkackter Arsch. Penner. Ja, super. Ja, den Loot haben wir jetzt noch eingesammelt. Hallo. Da ist verpackt. Hallo. Ah, weil er jetzt auf dem Grabstein steht. Penner, ey. Komm raus. Arsch. Ja, das zeige ich euch. Das ist ein Grabstein gesichert jetzt. Komm ran. Da kommt nicht raus. Dreck Arsch. Jetzt haben wir ihn. Alter. Alter. Nein, nicht den Block hinten. Hier das Grab wollte ich haben. So. Haben wir wenigstens den ganzen Loot noch mitnehmen können? Na, wenigstens. Alter. Etwas. Das war knapp wie ich mit meiner runtergestürzt. Okay, wenn wir das Ding jetzt eh offen haben. Warte mal. Fuck him. Da war ein Lootback bekommen. Unverzauberten Helm. Zack. Angezogen. Ach, die ist schon wieder. Hinüber. Ach, deswegen. Okay. So, dann können wir das jetzt gleich mal umbauen, das Ding. Bretter. Braucht beide Slaps und Bretter. So. Oh, die muss man jedes Mal neu anlocken, wenn man stirbt. Tatsache. Das ist mies. Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber gut, dann weiß ich das jetzt auch. Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber gut, dann weiß ich das jetzt auch. Gemein. Gemein. Das ist fies. So. Ich muss mir mal kurz abraspeln, dass ich hier rumlaufen kann. Ähm. Ich brauche einen Stein. Einer langt schon nur zum Axt reparieren, dass wir damit schon wieder arbeiten können. Axt. Zack. Repariert. Pfeile bleiben im Inventar. So. Dann können wir das Ding jetzt gleich mal umbauen, dementsprechend. Und zwar. Ich hätte gerne erstmal die Zäune aus und da drauf haben wir keine. Hm. Hm. Gut. Ist jetzt auch mal egal. So. Da kommt noch ein Block drauf und da oben noch ein Slap. Da. So. Warum habe ich das Ding hier eigentlich noch hingebaut? Das brauchen wir überhaupt gar nicht. Hm. Völlig für die Katze. So. So. Jetzt können wir das Ding gleich mal anders bauen. Und zwar. Da holen wir so einen Block hin. Und jetzt haben wir von unten einen Slap ran. Genau. Auf die untere Höhe. Dann können wir nämlich hier blöp. Reinrutschen zum looten. Aufpassen. Ja. Dass er nicht den ganzen Block weghaut. Dann stehen wir gleich ziemlich dämlich da. Ja. Dann können wir nämlich einen Block. Einen halben Block tiefer. Das müsste eigentlich genau lang, dass hier blablablabla. Der ganze Loot zu uns kommt. Und mehr will ich ja nicht. So. So. Da haben wir einen Lootback. Zack. 3 Zeltes Quarzkristalle in Gefängnis-Safari-Netz. 3 Obsidian, 8 Kohle. Hm. Sehr geil. Okay. Können wir mal kurz auspacken. Wupp. So. Das kommt da rein. Kohle kommt da rein. Obsidian kann man mal da reinpacken. Das Safari-Netz packen wir auch mal hier rein. Hm. So. Die ganzen Köpfe. Ich weiß nicht, was wir damit anstellen sollen. Ein Creeper-Kopf. Kann man auch nicht zerlegen. Kann man für einen Enchanter benutzen. Ja. Super. Oder für ein Feuerwerk. Wasser, den Kopf und eine Neterwarze. Und dann kriegen wir ein nahhaftes Destillat raus. Ja. Hm. temporal schlafen wir auchifully zurück. Bringen zwar gar nichts. Aber egal. Also zumindest wüsste ich nicht, was es uns jetzt bringen soll. So. Das ganze Holz mal weg. Hm. Knochen hier rein. Das, das. Das. Das kann noch rüber in die Rammelkiste. Das kann hier rein. So. Das kann man alles. Kompostieren. Zack. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. So. Ein bisschen auf Effizienz achten. jetzt ein stück weit so die bäume sprießen schön vor sich hin sehr gut können wir saplings eigentlich auch da reinpacken 24 tatsache geht geht nicht fall geht haben wir gesehen aber bringen wir so viel immerhin 13 punkte für ein sapling okay aber wir sind noch lange nicht in stand dass wir hier setzlinge verbraten können über später mal machen wir aber 1000 stück erwart haben da ist dann egal so haben wir alles niedergeknüppelt sehr gut wums setzlinge einmal das frisch setzen gut also funktioniert haben wir gesehen nur halt eben mit sachen die ja nicht umknöttern kann die macht auch nicht so ein bisschen ärgerlich aber okay man kann ja nicht alles haben holz haben waren da könnte man eigentlich mal wieder ins deck holzkohle brennen gehen einfach dass wir da haben ich denke doch ein bisschen weiter für die zukunft schon mal wir brauchen später für den hochofen um stahl zu produzieren da brauchen wir holzkohle und da läuft ausschließlich mit holzkohle dementsprechend ja das kann ich verkennt wenn man ein bisschen auf tasche haben von so dass wir das hier mal dazu bauen nachdem die uns das weg gebombt haben hier eben hoffen war das mit halben stufe funktioniert so wie ich mir das vorstelle da also kloppen können wir sehr klar die können uns ja nach wie vor nicht triggern aber ob wir den ganzen blut kriegen dass die frage okay vergiss es scheiße die können uns doch triggern und wie gut ja super das natürlich darunter gestürzt ach mist ich habe den grad noch um die ecke gesehen neben alter hat heftig spiel mit meinen nerven hier das ist wahnsinn natürlich keine slabs dafür okay gehört also das mit halben stufe funktioniert auch nicht dann sind wir nämlich zu nah an denen dran dann wissen wir das jetzt auch halt hier da so man könnte ich wieder weg hauen halbe stufe dahin so aber das wieder ordentlich hier einfach zu bauen müssen wir es einfach wie bisher machen und da durch rennen so du kommst da noch hin und ihr dahin so irgendwas fehlt also das geht auch ein zweiter herr sie ist so wir können dann die halben slabs